Jage unterschiedliche Arten von Wildtieren. Also in dieser Season findet ihr bei Shifty Chefs die Wildschweine nicht, aber etwas weiter Richtung Loot Lake findet ihr meistens ein paar Hennen. Hier bei Loot Lake direkt Wildschweine, Jaggi auch. Ich bin mir nicht sicher, ob Vögel und Frösche auch zählen. Ihr müsst das eventuell probieren. Wenn ihr einen Vogel dann neben euch irgendwo habt, so wie ich gerade hier, schießt den mal an. Wenn ihr da die Benachrichtigung vom Spiel kriegt, dass es zählt, dann wisst ihr, dass ihr die Aufgabe erledigt habt. Ansonsten müsst ihr weiter suchen, bis ihr einen Wolf findet. Jagd den Wolf und ihr habt die Aufgabe zu verbränden.